Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass wir das Häuschen von der Familie Wutz bauen. Pepper Wutz müsstest du ja kennen. Nicht nur ihr Häuschen wollen wir heute bauen, sondern auch ihr Auto. Und wenn du solche Sachen nicht mal verpassen willst, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, dann bist du immer auf dem laufenden Stand. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video, von daher fangen wir an. Heute holen wir uns gelben Beton raus, Oranger Beton, dann gelbe Keramik, glatte Quatschstufen, davon nochmal die Treppen, türkises Glas, schwarzeichen Knopf, dann ein bisschen Birkenzaun und nochmal das Soundtor. Zuerst benutzen wir den gelben Beton, setzen uns drei Blöcke hin, lassen zwei Blöcke schon mal frei für die Tür und setzen uns nochmal drei hin. Jetzt gehen wir einmal nach hinten und setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir elf Blöcke. Auf der anderen Seite ziehen wir auch nochmal zehn nach hinten weg und können die Rückseite verbinden. Jetzt wollen wir das Ganze auch nach oben ziehen und platzieren darauf noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf weitere Blöcke. Insgesamt haben wir zwölf Blöcke. Auf der Vorderseite, wo wir uns hier zwei Blöcke hier Platz gelassen haben, können wir einmal auf der Innenseite viermal gelbe Keramik setzen. Soll ja später unsere Tür werden und darüber könnt ihr dann wieder einfach den gelben Beton nehmen und das hier einfach zuziehen. Wenn wir das dann soweit geschafft haben, können wir jetzt an die Seiten fliegen und hier einfach eine Pyramide draufsetzen. Nun wollen wir unser Dach noch draufsetzen. Dafür nimmst du einfach deinen orangenen Beton und setzt ihn einfach auf unserem Pyramidendach hier einfach mal rauf. Und dann geht es natürlich auch so wieder runter. Wir lassen es auch gleich einmal überstehen und ziehen es dann auch nochmal zur anderen Seite. Wenn wir unser Dach dann soweit drauf haben, wollen wir es natürlich jetzt noch ein bisschen verbessern. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Quarzsachen zur Hand. Wir können ganz außen einfach eine Quarzstufenschicht uns ziehen und unter jeden Block setzen wir hier nochmal eine Treppe. Ganz oben in der Mitte würde ich jetzt nicht unbedingt eine Treppe empfehlen, sondern hier machen wir einfach einen Block hin. Zur anderen Seite geht es dann wieder mit der Treppe runter, sodass wir hier auf der Rückseite wieder unsere Stufen einmal platzieren können. Und das Spiel wiederholen wir dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. Haben wir unser Dach denn soweit abgeschlossen, geht es jetzt ran, dass wir auch noch die Fenster uns reinsetzen. Wir beginnen am besten auf der Vorderseite, lassen über der Tür drei Blöcke Platz, schlagen drei Blöcke weg und setzen immer bei unserem Fenster Stufen unten und oben einmal hin. Jetzt biegen wir mal zur Seite ab, auf der gleichen Höhe wie wir das Fenster schon haben, lassen zwei Blöcke Platz, schlagen wieder ein 2x3 Fenster hier einfach rein, lassen dann drei Blöcke Platz und nochmal das gleiche Fenster. Darunter lassen wir etwa zwei Blöcke Platz und setzen nochmal ein 2x3 Fenster hier rein. Das machen wir natürlich hier zweimal. Vergesst dann nicht noch eure Stufen zu platzieren und wenn wir das dann soweit haben, gehen wir jetzt einmal auf die Rückseite, achten wieder auf der gleichen Höhe, gucken hier wieder in der Mitte. Das heißt jetzt lassen wir an der Seite drei Blöcke Platz, dreimal zwei Fenster rein, darunter zwei Blöcke Platz lassen und nochmal so ein Fenster rein. Und kommen dann wieder zur nächsten Seite, zu der letzten Seite. Die ist genau gleich aufgebaut wie halt schon die Seite, die wir haben. Das heißt wir können hier einfach unsere Fenster mal reinhauen, so darunter zwei Blöcke Platz lassen und nochmal die Fenster rein. Und nicht vergessen, die Stufen müssen wir auch noch platzieren. Super, sobald du das geschafft hast mit den Fenstern, kannst du dir deine Glasblöcke nehmen und die einmal auf der Innenseite platzieren. Wenn wir denn unsere Glasblöcke hinter unseren Fenstern platziert haben, geht es jetzt noch weiter, dass wir unseren Knopf verwenden. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass wir den einfach nur bei der Tür einsetzen. Und über der Tür können wir auch nochmal einfach zwei Stufen platzieren. Den haben wir eigentlich so gut wie alles schon verbaut, fehlt noch eine Sache und zwar unser Zaun. Damit wollen wir uns noch eine kleine Antenne oben basteln. Wir klicken hier einfach aufs Dach. Ich würde sagen, ja zur Seite so vier Blöcke Platz lassen sollte reichen. Dann mache ich mir hier viermal meinen Zaun hin. Und immer im Wechsel, ich lasse einen Zaunpfosten frei und setze mir dann einmal das Zauntor hin. Dann mache ich auf beiden Seiten und habe dann hier meine Antenne noch gebastelt. Aber wir bauen nicht nur Pepperwoods Haus, sondern auch noch deren Familienauto. Dafür nehmen wir uns einfach schwarzen Beton raus für die Räder. Die Räder stehen immer einen Block zueinander entfernt und zu den Hinterrädern zwei Blöcke. Denn, würde ich sagen, können wir gleich Steinknöpfe nehmen. Da machen wir einmal ein bisschen unsere Felgen mit deutlich. Können dann noch ein bisschen glatte Steinstufen nehmen. Die nehmen wir natürlich hier einmal für unser Fahrwerk. So können wir einmal vorne und hinten überstehen lassen. Schnappt ihr dann noch die Farbe eures Autos. Bei Pepperwoods ist das Ganze rot. Von daher nehme ich mir roten Beton und ziehe mir das Außen einmal komplett lang. Vorne setzen wir natürlich noch den Motor rein. Von daher ist das hier ein Block dicker. Dann können wir gleich schon vorne unsere Fensterfront einmal ziehen. Glasfarbe ist egal. Ich nehme jetzt einfach mal türkises Glas. Dann mache ich mir noch ein Lenkrad rein mit einem Schleifstein. Also wir müssen immer seitlich gucken. Dann mache ich mir ein paar Autositze rein. Dafür nehme ich einfach hier, wie ist das hier, die Karmisintreppen. Ich finde die ganz passend zur Farbe des Autos. Dann holen wir uns noch natürlich Steuerbettraken raus. Damit machen wir einfach noch Türgriffe einfach mal ins Auto. Und dann nehme ich mir Bögenscheiter, um hier vorne noch die Scheinwerfer zu machen. Es kommen noch ein paar kleine Sachen dazu. Zum Beispiel können wir eine Leiter nehmen für den Kühlergrill. Und auf der Rückseite nehmen wir Karmisinknöpfe für die Rückleuchten. Und noch ein bisschen Soundtower, um jetzt einfach hier unseren Auspuff darzustellen. Und schon haben wir das Auto der Familie fertig. Wer möchte, kann natürlich jetzt noch ein bisschen Deko machen. Und dafür gucken wir uns einmal hier den Vorbau an. Ich habe zum Beispiel mir noch eine kleine Auffahrt gemacht, wo das Auto draufsteht. Wir haben auch noch einen schönen Zaun einfach mal ums Häuschen gezogen. Und hinten habe ich auch noch so ein kleines Picknick aufgebaut. Wie wir sehen, die Familie ist auch schon hier. Man kann sich natürlich noch immer ein paar Büsche überall platzieren, ein paar Blümchen. Und fertig habt ihr euer Häuschen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachbauen. Natürlich kannst du in der Infobox noch nachschauen, findest noch weitere solche tolle Videos. Und wenn du nichts verpassen willst, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, Glocke an und dann bist du immer auf und auf und entstand, wenn dein neues Tutorial erscheint. Andernfalls bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017